So, dann haben wir hier noch einen bei Leeds United, den müssten wir erst mal richtig scouten. Schwache Nerven, Diva, Held, Linie, hm. Hat nicht das Talent, was ich mir erwarte. Also den hier, den packen wir um auf die Liste, aber das ist, es ist keine gute Wahl. Sprachprobleme, Sprachprobleme sind hier das Problem, da kann finnisch und englisch, hm. Auch, da ist auch eher Sprachprobleme. Mann, 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 geht mir das gerade auf den Zeiger, du findest aber auch keine guten Leute. Brauchen wir noch irgendwas? Rechts haben wir, links haben wir, Defensiv haben wir, äh, Offensiv haben wir, Stürmer. Stürmer, was gibt's denn da noch so an Stürmern? Ich hätte gern einen Stürmer, der Sturmtank ist. Und der sollte wieder entsprechend groß sein, dass er die Kopfpölle kriegt. Ja, vielleicht war auch die Größe das Problem, das kann natürlich auch sein, wenn ich hier hingehe und sage, okay, der sollte mindestens 1,70 sein, wir gucken mal, wir gucken mal. Oh, wir finden gar keinen. Es gibt keinen Stürmer in dem Alter, der... Hm, ist okay. So. Doch, ein Stürmer, es gibt einen Stürmer. Nicola Salenius, Bergamo, Sturmtank, ehrgeizig, 86er Torriecher, 87er Kopfballpräzision. Das wäre natürlich was. Dänisch, Englisch. Da haben wir's wieder. Wir brauchen Leute, die Deutsch können. Also die zumindest die Sprache können, so ein bisschen. Setzen wir trotzdem mal auf die Liste. Wir müssen ja alles nehmen, was wir kriegen können. Also alles, was irgendwie interessant ist, müssen wir auf die Liste setzen. Wir haben Mails, irgendeiner ist sauer. Ich weiß noch nicht wer. So, guck mal, was es sonst noch so für Stürmer gibt. Wow, den kennen wir noch. Den haben wir großgezogen als Strafraumstürmer bei Malaga. 26,3 Millionen wert. Den wollen wir aber nicht. Der ist uns zu gut. Mlapper. Mlapper ist, na gut, der geht steil. Welchen Spieler, der steil geht? Da hab ich ja schon... Das ist immer, das ist halt das Problem, ja. Wir haben hier halt, äh, ein paar blöde Problemchen. Der hat kein Talent. 22. Das ist nicht richtig gescoutet. Geht steil. Portugiesig. Wir haben ja Rafinha. Der kann auch Portugiesig. Was ist mit dem hier? Was kann der? Oder was kann der nicht? Das ist ein Tripler. Ein ziemlich großer Tripler. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Vom Alter her, passt. Gerade angeschlagen. Ja, das ist... Puh. Ich mein, Ruau, das wär natürlich... Ich mein, hallo, Ruau, das wär natürlich... Bitte, da brauchen wir nicht lange zu diskutieren mit einem 96er-Tor-Riecher. Der hat uns ja... Was hat der gemacht? Moment, wir gucken mal rein, ja. Malaga, 41 Spiele, 33 Tore. So, 28 Spiele hat er gemacht... 2015, also letzte Saison. Da waren wir dort noch Trainer. Da hat er 28 Spiele gemacht und 24 Tore. 2014, 14 Spiele, ein Tor. Ja, dann haben wir von ziemlich weit unten, ziemlich weit hoch geholt. Damals. Der war bei uns eine 72er Stärke und jetzt ist er eine 81er. Ja, das ist... Puh. Aufgrund der ganzen Dinge hier. Aber 26 Millionen ist natürlich... Gut, wir können ihn mal auf die Liste setzen. Wohl, denn sein Vertrag... Ne, denn sein Vertrag läuft nicht aus. Wir können ihn mal beobachten. Das ist nie verkehrt. Das ist nie verkehrt. Ja, und hier gibt's Mecca. PK ist gar nicht happy darüber, dass wir Stürmer scouten. Ja, jetzt ist noch die Frage, ob wir alles loswerden, was wir loswerden wollen und ob wir dann einkaufen können, was wir gerne einkaufen würden. Das ist die Frage aller Fragen. Danach richtet sich eigentlich so gut wie alles. So, nichtsdestotrotz, wir können mal ein bisschen weitermachen. Oh Gott, 34 Minuten schon wieder. Ich werde überlegen. Ich glaube, ich mache weiter und mache eine Doppelfolge, dass wir mal die Winterzeit und die Transferzeit hier so ein bisschen rumkriegen. So, Weihnachtsfall, Jugendspieler entdeckt. 16 Drehs. Verteidiger. 63 Innenverteidiger. Baut das Spiel auf verletzungsanfällig. Flexibel. Mediengewand. Mediengewand. Wahnsinns-Talent nehmen wir natürlich. Schöne Weihnachtsfeier. Die Feier wurden voller Erfolg. Die Stimmung war großartig. Spieler feiern bis in die Morgenstunden. Spieler verlieren 5 frische Punkte. Macht nichts. Stehen keine Spiele an. Und da ist die Einigung erfolgt. 4,5 Millionen kommen wieder rein, weil Elia weg geht. Nach Rotterdam. So. Karriere. Privater Bereich. Lauftraining. Weiter geht's. So, was haben wir hier? Hinweis, Assistenten. Rechter Mittelfeldspieler würde sich gut machen. Ja, das ist schön. Wir brauchen aber einen Rechtsverteidiger. Datenbanken wurden aktualisiert. Scouting. Wie sieht's denn da aus? Da gibt's doch bestimmt Leute, die... Na klar gibt's da Leute, die nichts zu tun haben. Und da gibt's schon wieder Scouting-Aufgaben. Ja, tut mir leid. So, die kriegen noch Bälle und Trikots. Zum Schulprojekt geht wieder Militz. Da ist unser Sondergesandter für solche Aufgaben. Da passt was mit dem Mentor nicht. Nehmen wir den so lang. Was haben wir denn hier? Einen Stürmer. Moschel. So, passt wieder, oder? Ja, das Problem ist ganz einfach, ähm... Wir können von denen keinen übernehmen. Da ist keiner in der Lage, auch nur in der zweiten mitzuspielen. Wir bräuchten da mindestens eine Stärke von 60, damit die für die zweite überhaupt in Betracht kämen. Das heißt, da sind wahnsinnige geile Talente dabei, aber eigentlich total für'n Eimer. Malerweise müsste ich denen noch allen, äh... Die Mentoren entziehen. Dass ich die alle zur Verfügung hab' hier für die anderen Jugendspieler, damit das besser hinhaut. Damit ich da wirklich gute Leute hab'. So, jetzt haben wir hier den. Wow. Das ist ein Mann. Das ist gut. Den setzen wir auch ein. Welcher Innenverteidiger geht nicht hoch? Der Mönch geht nicht hoch. Den lassen wir weiter trainieren. Und den Kartell, den nehmen wir raus. Den tun wir auf die Bank setzen. Für... Für... Für wen? Für wen? Der Luhmann, der steigt auf, ne? Das stellen wir jetzt auch mal um. So. Der Luhmann, der steigt auf, dass, äh, ich will Leute auf dem Platz haben, die entweder gut sind, also die so gut sind, dass ich sag', okay, die will ich auch in der ersten. Also den hier zum Beispiel. Das ist einer, wenn der in die A-Jugend kommt, äh, dann werde ich den in der A-Jugend natürlich auch aufstellen. Und, ähm, wenn der in das Alter kommt, der ich im Vertrag geben kann, wird er sofort für die Reserve oder für die erste Mannschaft verpflichtet. je nachdem, wie gut er dann ist. Ähm, das ist einer, der muss trainieren. Der muss auf dem Platz stehen, dass er Erfahrung sammelt, dass er gut wird. Und, ähm, so würde ich das jetzt mal, ich glaube ich, bei allen angehen. Ich glaube, das macht anders nicht viel, nicht viel Sinn. Aber ich kann die nicht rauswerfen, die, äh, aufsteigen. Haben wir eigentlich Linksverteidiger? Wir haben keinen einzigen Tochter. Haben wir einen 45er Linksverteidiger? Ne, das ist zu schlecht. So, wir haben hier einen Rechtsverteidiger, der ist 56. Dann haben wir 58er Zentrales Mittelfeld, linkes Mittelfeld 45, linkes Mittelfeld 42. Hm, Offensiv. Okay, da sind wir gut bestückt im offensiven Mittelfeld. Der Linksaußen hier, ich glaube, der macht wenig Sinn. Den müssten wir eigentlich feuern. Aber wir ziehen die Gnaden los, wir ziehen das durch, wir, wir feuern keinen. Die sind dann halt alle unten Tribüne, die spielen dann halt nie bei uns. Wurscht. Die kriegen dann auch später keinen Vertrag, dann ist das Thema durch. So lange die so gute Werte haben, wie 4,5 Sterne ist das ja auch eher positiv, dass wir die haben. Ähm, dann haben wir den hier, den hier. Was ist mit dem? Defensiver Mittelfeldspieler. Da haben wir hier einen, der steigt auf. Und der Defensive, den wir jetzt haben, der steigt auch auf. Das macht keinen Sinn. Trainieren wir den um, oder was? Den trainieren wir gerade um. Auf Defensiv. Er kann auf 58 hochkommen. Und der ist schon bei 62. Der ist verletzungsanfällig. Das ist natürlich blöd. Nichtsdestotrotz, wir stellen um. Der ist stärker. Gut, der hat mehr Talent. Und das ist jetzt wieder die andere Sache. Ha. Wir müssen in der Tabelle mehr punkten. So, das ist das Argument. Wir müssen in der Tabelle mehr punkten, deshalb wird das umgestellt. So. Jungmannschaft. Bejugend. Linkes Mittelfeld ist natürlich bei uns so eine Geschichte. Wir haben einige Spieler fürs linke Mittelfeld, aber wir haben keinen, der wirklich gut ist. Schluss haben wir dann links außen da auf der Position stehen. Genau wie im rechten Mittelfeld. Da haben wir rechts außen auf der Position stehen. Und trotzdem macht der 61. Das ist unglaublich. Und hat ein Zehner-Talent. Eh, das... Rechter Mittelfeldspieler. Der wird auch hochgezüchtet jetzt. Da sind auch noch zwei Punkte drin. Dann ist er auf dem Niveau vom Rechtsaußen im rechten Mittelfeld. Schwieriger Charakter. Das ist natürlich wieder das Problem. Na gut. Lassen wir die mal. Wir kämpfen uns langsam mal sicher hier an Malaga ran. Die auch nur so gut sind, weil sie uns hatten. So, da sehen wir nochmal Tabelle und Pra Pra Pra. Nachrichten und so weiter. So. Wie sieht's hier aus? Der ist zurück in der Jugendmannschaft. Wer ist das? Alter! Ey, das ist aber auch ein Drama. Aktion. Spiele anbieten. Ich würde den schon ganz gerne loswerden. Allerdings für einen gescheiten Preis. Andernfalls behalte ich den auch. Aber 2,5 Millionen zahlen wir dem. Also im Prinzip müssen wir froh sein, wenn wir den los sind. Aber immer wieder gar das Budget frei. Komm, 1,5 Millionen. Irgendeiner bietet mir noch 1,5 Millionen. Bitte, bitte, bitte. Und das ist ein guter Spieler. Das ist... Ich würde den sofort behalten, wenn der diese blöde gelassene Eigenschaft, diese schnell zufriedenert hätte. Oh ja. Jetzt gibt's Interesse. Brücke, Laurent. Ja, super. Für 1,5 Millionen würde man los. So, und was war mit dem hier? Was ist denn das für einer? Das ist ein Rechtsverteidiger, 6... Das macht keinen Sinn. 56er Rechtsverteidiger in der B-Jugend. Es ist ja nicht so, dass wir in der B-Jugend keinen Rechtsverteidiger hätten. Tja, kannst du machen nix, musst du gucken zu, ist halt so. Rechtsverteidiger. Da fehlt jetzt wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft ein Rechtsverteidiger, wenn ich das richtig sehe. Ne, Linksverteidiger fehlt uns da. Super, noch besser. Ja, da würde ich sagen, stellen wir da mal so einen auf. Was verdient der? Den können wir vielleicht da unten? Oh, 2 Millionen ist mir zu viel für die zweite Mannschaft. Ja, es ist einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es zum Mäusenmelken. Ergebnisse. Wie sieht es da aus? Ja, wenigstens das ist gegeben, dass wir uns da oben mit aufhalten. So, zweite Transferperiode steht an. Scouting. Österreich abgeschlossen. Drei Spieler beobachtet. Gucken wir direkt mal. Leis. Leis, linker Mittelfeldspieler. Weiß nicht. Wo hat er noch Leute aus Österreich gefunden? Also den hier können wir mal ins Blickfeld nehmen. Es ist nie verkehrt, ein gutes Blickfeld zu haben. Dann löschen wir mal die ganze Liste hier. Das ist ja, das ist ja Blödsinn. Wir haben hier auch einiges an Stürmern drin, ja. Hier im Lapper, dann haben wir, ich glaube wir haben hier sogar als Stürmer. Wir haben hier ganz viele Stürmer drin, sehe ich gerade. Parker als 80er Stürmer, den haben wir nicht gescoutet, das ist das Problem. Wir müssen mal ein bisschen Blickfeld scouten. Das da macht keinen Sinn. Österreich zu scouten. Ich glaube Deutschland zu scouten macht auch keinen Sinn mehr. Warten wir die zwei Tage noch ab, dann stellen wir das auch ein. So, dann sollt ihr das mal scouten. Und das kann der Kloß mal scouten. Dass wir mal ein bisschen fertig werden hier. Dass wir hier Jugendscouten, dass wir damals Kraft reinsetzen. Dass wir wirklich gute Talente finden. Aber ich glaube wir müssen das gleich mal umstellen. Wir müssen nach der Runde, da gibt es kein Jugendscouting mehr. So, ein Tag weiter. Oh, ich habe vergessen Einstellungen zu machen. Ist egal. Alter Schwede, 50 Minuten. Ja, gibt es halt heute eine Doppelfolge. Gott, was soll's. So, eine Million will Burley zahlen. 1,4. Laurent. 1,4. Laurent. Dortmund ist interessiert an dem. Hm. Kann ich verstehen. Der wurde auf die Transferliste gesetzt. War der mir zu teuer oder was war da los? Ne, der war mir gar nicht zu teuer. Das war eine wirkliche Überlegung. Die Sprache war das Problem. Serbisch und Holländisch. Da habe ich keinen, der mit dem das reden kann. Hm. Das Problem ist. Wenn ich den hole. Dann für Rafinha. Und wenn ich den für Rafinha hole. Weil der zu alt ist. Dann habe ich keinen mehr, der Portugiesisch in Deutsch kann. Und dann kann ich den anderen Portugiesen nicht mehr verpflichten. Weil ich dann keinen habe, der das kann. Das ist das Problem. An der Geschichte. Hatten wir die eigentlich erst angeboten? Ich habe da Leute in die zweite Mannschaft geschoben. Hatten wir denen angeboten zum Verkaufen? Ich glaube, ich habe den gar nicht angeboten. Natürlich habe ich ihn nicht angeboten. Mein Gott, bin ich doof? Bin ich doof? Bon, für acht Millionen direkt ein Angebot reingekriegt. Hatta und Nürnberg sind an dem interessiert. Für acht Millionen. Ekeji ist verkauft. Rollo hat auch Mords Marktwert verloren. Das Schöne ist, dass er günstig ist. Deshalb können wir ihn da unten belassen. Und er kann da in der zweiten ein bisschen mithelfen, dass die gute Abschlüsse macht. Anatovic geht, ne? Der ist verkauft. Genau. Der wechselt nach Turin. Elia geht. Der wechselt nach Farniot-Rotterdam. Der verhandelt. Ist das übel. Wir sind hier massiv unter Zugzwang. Wir haben eine Woche noch Zeit, Verträge unter Dach und Fach zu bringen. Sowohl Verkäufer wie auch Käufer. Die wir dann hoffentlich zum Saisonwechsel bei uns haben. Aber wir haben alles doppelt und dreifach jetzt, oder? Kaderplanung. Wie sieht's denn aus? Amat, Günther. Also Günther kommt, Amat kommt. Also uns fehlen zwei Innenverteidiger. Und ja, im Sturm vielleicht noch eins bis, ja, ein Stürmer. Wir haben ja auch noch Kobielanski. Also wir haben eigentlich schon die Möglichkeit. Wir haben eigentlich schon die Möglichkeit. Hier Spieler zu scouten, wo wir sagen, an denen sind wir extrem interessiert. Ruao wäre natürlich für mich. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir Ruao kriegen könnten. Sean Parker, den hätte ich gern mal gescoutet. Du mach mal. Ich weiß auch nicht, ob wir den hier, den machen wir jetzt raus. Wenn der mit Deutschland fertig ist. Also wenn der eine Tag noch rum ist. Dann mach ich in Deutschland der Auftrag auch weg. Macht ja keinen Sinn. Ja, ich muss leider Ende machen. Ich will oder nicht. Deshalb sage ich an der Stelle einfach mal Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.